Willkommen zu einem neuen Interview. Heute zu Gast die Christina. Und stell dich am besten kurz vor, wer bist du, woher kommst du, wie alt bist du? Also ich bin Christina, bin 32, fast 32 Jahre alt und komme aus Leipzig. Ich habe drei kleine Töchter, die sind zwei Jahre und drei Jahre alt, also darunter auch Zwillinge. Und bin verheiratet und arbeite als Sachbearbeiterin bei einer Versicherung. Okay, ja dann erzähl mal, woher oder wie bist du auf mich aufmerksam geworden, wann bist du auf mich aufmerksam geworden? Also ganz genau weiß ich nicht mehr, wann ich auf dich aufmerksam geworden bin, aber so etwa sechs Monate, bevor ich gesagt habe, wir machen das kostenlose Erstgespräch, habe ich dich auf Instagram gefunden, irgendwie durch Zufall. Sechs Monate? Ja, sechs Monate tatsächlich bin ich dir gefolgt und habe mir das so angeguckt und ja, dann dachte ich, komm jetzt machst du es. Okay, sechs Monate ist schon eine lange Zeit, aber okay, was waren, ja frage ich mal, was waren so die Gedanken, als du dann mir gefolgt bist? Oder war das für dich gar kein Thema, als du mir gefolgt bist? Oder bist du mir gefolgt, weil das schon dann ein Thema für dich war mit dem Gewicht? Also das Gewicht war eigentlich ein Thema, also ein großes Thema seit der Schwangerschaft oder seit den Schwangerschaften, weil ich da halt nicht mehr so wirklich davon runtergekommen bin. Und dann dachte ich, guckst du mal auf Instagram, vielleicht gibt es da irgendwie jemanden, der dir ein paar Tipps geben kann oder so. Und ja, und dann bin ich mit unter anderem auf dich gestoßen. Okay, das ist gesagt, seit den Schwangerschaften ist das ein Thema, auch wenn wir uns vor dem Interview schon mal unterhalten haben. Aber erzähl doch mal, wie war es so gewichtsmäßig, ich sag mal so nach Abschluss der Schule? Also du bist jetzt, kann ich euch jetzt schon sagen, also 1,73 groß, aktuell 70, 71 Kilo um den Dreh. Wie ist das, oder wie hat sich dein Gewicht zu verhalten seit der Jugend an? Also ich war ein etwas dickeres Kind, was dann stetig zugenommen hatte. Und meinen ersten großen Versuch hatte ich dann gemacht, als ich 13 Jahre alt war, dass ich dann sagte, jetzt probieren wir mal was. Und ich habe es dann auch geschafft, innerhalb von einem Jahr sehr viel abzunehmen, also insgesamt 18 Kilo. Aber war halt keine nachhaltige Methode, war nach Ernährungsplan. Und dann ging das halt so stetig wieder nach oben, so mit dem normalen Essverhalten, was für mich damals normal war. Und dann hast du ja Freunde, die dann mal da was essen und dort was essen und dann schlechst sich das natürlich so ein. Und dann ging es eben nach oben, ja, immer wieder, immer weiter. Wie viel hast du mit 20 gewogen? Ähm, mit 20 war ich bei 68, 73 Kilo dann in etwa. Ja genau, das war so die Zeit von 68 auf 73. Mit denen du dich dann auch wohlgefühlt hast? Damals, mit den 68 habe ich mich sehr wohlgefühlt. Da war ich ja gefühlt noch ein Stück kleiner als jetzt. Aber ja, auch mit den 73 war es noch okay, aber man hat es dann eben gemerkt, dass es keine 68 mehr waren. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Und dann kamen die Schwangerschaften. Und wie viel wuchst du dann nach Ende der Schwangerschaften? Ähm, also nach der ersten Schwangerschaft habe ich dann 105 Kilo gewogen. Und dann hatte ich neun Monate Pause und dann war ich wieder schwanger mit den Zwillingen. Und auch nach Ende der Schwangerschaft war ich dann bei 102 Kilo. Bin dann aber relativ schnell wieder auf die 88 nach der Schwangerschaft gekommen. Und dann durch den ganzen Stress und alles ging es dann natürlich auch weiter nach oben statt nach unten. Und dann war ich irgendwann bei 91 Kilo, wo ich dann dachte, jetzt ist auch Schluss. Okay, ja, und mit den 91 Kilo, die, mit denen hast du dich dann schlussendlich bei mir beworben. Und wie sich herausstellte, waren es dann aber nach 95. Ja. Okay. Und was so war für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du gedacht hast, so jetzt bewerbe ich mich auf das kostenlose Erstgespräch? Na halt, dass ich es selber einfach überhaupt nicht hingekriegt habe. Und dass ich dachte, jetzt ist Schluss und ich möchte jetzt wirklich mal mit Hilfe. Und dass mich mal jemand an die Hand nimmt und sagt, jetzt mach mal das mal zusammen und ich zeig dir, wie es geht und du musst es einfach nur machen. Genau. Okay, und ich meine, du hast mir ja schon vor dem Interview erzählt, du hast ja auch Weight Watchers gemacht. Was meinst du, warum hat es nicht geklappt mit den Methoden, die du vorher gemacht hast? Vor Weight Watchers oder vor dir? Vor mir. Ach so. Ich meine, mit Weight Watchers weiß ich nicht, wie hat es da geklappt? Also da ging es auch, das war dann noch vor den Schwangerschaften, wo ich das probiert habe, das ging dann auch relativ gut. Aber irgendwie, es hat trotzdem, es fehlt der rote Faden, dass ich dann wirklich weiß, worauf kommt es jetzt an, was kann man essen, um satt zu werden. Und diese ganzen Systeme, die sich dann immer wieder irgendwo ein Stück weit auch widersprochen haben, was ich dann mal ganz am Anfang gemacht hatte und dann ein paar Jahre später nochmal. Das war alles so verwirrend, dass ich dann dachte, nee, das kann es nicht sein auf Dauer. Okay, gab es irgendwelche Zweifel, dass du, als du mit mir gesprochen hast, ob du die Gedanken gemacht hast, okay, ob das jetzt wirklich funktioniert? Ich meine, das Coaching ist ja auch jetzt preislich definitiv die teurere Variante. Gab es da Zweifel an mir oder auch Zweifel an dir selber, ob das dann jetzt wirklich sich auszahlen wird, ob das Ganze klappen wird? Also Zweifel an mir ja sowieso, sonst hätte ich es ja auch vorher schon hingekriegt. Zweifel an dir hatte ich eigentlich nicht so sehr. Ich bin da wirklich ganz offen rangegangen und dachte, wir probieren das aus und entweder klappt es oder es klappt nicht. Ja, so bin ich halt. Okay, und Zweifel auch, ob das dann mit den drei Kleinkindern dann auch klappt oder waren die da? Hatte ich nicht, einfach weil ich einen sehr tollen Ehemann habe, der mich wirklich immer unterstützt hat bei dem, was ich mache. Und der auch gesagt hat, wenn du das möchtest, dann machen wir das zusammen und ich helfe dir da, wo ich kann. Ja. Ja, und so haben wir das auch gemacht. Okay, und jetzt in der Zusammenarbeit, was waren so die Dinge, die dir gefallen haben? Oder wo du glaubst, die haben dir in dieser Zusammenarbeit sehr geholfen? Also geholfen hat mir vor allen Dingen, dass ich eben einen roten Faden bekommen habe, aber eben keine Vorgabe, wie ich mich ernähren soll. Also eben nicht, jetzt isst du zum Frühstück das oder das oder so, was halt vorher immer das Ding war. Was ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass das so tatsächlich auf Dauer bei mir funktioniert, weil ich immer so ein Planmensch war. Und jetzt war ich tatsächlich mal mir selber überlassen. Und ja, sonst habe ich die Frage jetzt schon wieder vergessen. Was hat dir in unserer Zusammenarbeit am besten gefallen? Ach ja, okay. So ähnlich habe ich dir gestellt. Genau. Also mir hat am besten gefallen, dass du halt immer da warst. Das fand ich auch ganz wichtig. Und dass du auch flexibel warst. Gerade so dieses Thema Samstag, Kalorien essen. Am Anfang hatte ich eben ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich dann doch mal vom Plan abgewichen bin, von den Zielvorgaben. Und du hast dann eben gesagt, das ist nicht so schlimm. Wir finden dann eben einen Weg, der auch für dich passt. Und das fand ich ganz toll. Dass du dann auch am Samstag das eine oder andere Bier trinken konntest. Genau. Ja, okay. Gibt es für dich ja eine größte Erkenntnis aus der Zusammenarbeit? Etwas, was du so hervorheben könntest? Dass es einfach am wichtigsten ist, so im Alltag sich eben Gewohnheiten zu schaffen, die man immer macht, ohne dass man drüber nachdenkt. Das finde ich halt so, das ist halt eine große Erkenntnis. Also gerade so diese normale Alltagsaktivität, dass die doch so wichtig ist, wo ich mich früher immer nur darauf fokussiert habe, jetzt machst du Sport die Stunde und dann ist gut, dann setze dich wieder hin. Und jetzt mache ich das halt alles so nebenbei. Und dass es eben nicht schwierig sein muss. Und warum glaubst du, dass es diesmal funktioniert hat und die anderen Male nicht? Gute Frage. Weil ich dich hatte. Ja, weil es halt wirklich in meinem Alltag integriert war. Weil es keine Umstände gemacht hat, das so durchzuziehen. Und weil es wirklich ein ganz einfaches Konzept ist in dem Moment, was man eben machen kann. Und glaubst du, dass es diesmal nachhaltig ist? Ja, da wir das ja jetzt schon einen Monat so machen, dass es nachhaltig sein soll. Weiß ich auf jeden Fall, so wie es jetzt ist, kann ich das auch durchziehen, dauerhaft. Ich weiß, das ist mein Alltag jetzt und so bleibt das. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass das, was wir aktuell machen, auch etwas ist, was du auch noch in fünf oder zehn Jahren so oder so ähnlich machen wirst. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und dann, wenn die Kinder ausgewachsen sind, sogar noch umso leichter, hoffentlich. Ja, dann geht's ins Fitnessstudio. Ja, übrigens, ja, wir haben es ohne Fitnessstudio gemacht. Das heißt, die Christina musste kein einziges Mal ein Fitnessstudio betreten. Das ist auch mal eine Frage, die ich häufig kriege, ob man das denn muss. Ja. Und du hast die erste Zeit ja auch keine Homeworkouts gemacht. Jetzt machst du Homeworkouts. Genau. Ja, regelmäßig. Zwei bis dreimal die Woche, genau. Aber zu Anfang auch komplett ohne Homeworkout, im Prinzip ja ohne Sport, natürlich mit Bewegung. Mhm. Ja. Ist halt kein Muss, ne? Aber ich wollte das eben so. Ja. So, wie ist das? Ich meine, du hast jetzt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, von 95 Kilo jetzt schlussendlich auf 70, 71 Kilo abgenommen. Wir haben einen Zeitraum von Mitte September schlussendlich gestartet und bis Ende April war es und jetzt halten wir quasi das Gewicht. Oder es fällt ja auch minimal das eine oder andere Mal. Also hat sich dieser Gewichtsverlust auch irgendwie auf andere Lebensbereiche ausgewirkt? Oder haben sich andere Lebensbereiche dadurch bei dir jetzt geändert? Ja, alles so ziemlich. Also ich habe halt meine Einstellung zu vielen Sachen geändert und bin natürlich auch ein ganz anderer Mensch in dem Moment geworden, weil ich wieder so sein kann, wie ich bin, ohne mich verstecken zu müssen oder immer zu denken, naja, was denken die jetzt, die dicke Mutti? Und ja, ist ja so. Ja, also das hat sich wirklich geändert, dass ich da mir um solche Sachen eben keine Gedanken machen muss. Und vor allen Dingen, dass ich durch die normale Bewegung und die Leichtigkeit, die ich jetzt habe, ja, viel ausgeglichener bin. Auch einfach. Es macht einfach mehr Spaß. Was war denn für dich so, ich sag mal, die Motivation, da jetzt wirklich was zu ändern? Also war es, dass du ein gutes Vorbild für die Kinder sein wolltest? Oder was war so für dich vielleicht der größte Antrieb, da jetzt wirklich was zu ändern? Also vor allen Dingen wegen meinen Kindern, weil ich einfach möchte, dass das gesunde, starke, selbstbewusste Mädchen werden. Und dass sie eben sehen, dass die Mutti ist ja nun mal das größte Vorbild, dass ich zufrieden bin und glücklich und dass das alles selbstverständlich ist. Also ich sehe es ja auch immer, wenn ich dann Homeworkouts mache und meine Tochter ist noch dabei, die will da mitmachen. Und dann, ja, manchmal stürzt du ein bisschen, aber das geht schon. Und das ist mir halt wichtig. Das war so die größte Motivation. Und vor allen Dingen aus diesem Kreislauf wieder rauszukommen und wieder Christina zu sein und eben nicht Mama Christina. Ja, ja. Ja, ist ja oftmals so, ich erzähle das noch, dass gerade bei Muttis immer gesagt wird, naja, du hast jetzt Kinder gekriegt, das ist nicht mehr so schlimm. Und du musst ja jetzt auch nicht mehr die perfekte Figur haben. Und das war eben so, was immer kam, wo ich dann dachte, ja, doch, ich möchte das aber und deswegen machen wir das jetzt. Ja, ja. Okay. Und wen, welchen Personen würdest du dir so eine Art Coaching empfehlen oder würdest du dieses Coaching weiterempfehlen? Nein. Klar, auf jeden Fall. Ich würde es jedem empfehlen, der unzufrieden ist mit seinem Gewicht und der was ändern möchte und tatsächlich seinen Hintern hochkriegen möchte. Das ist so, du sollst einfach den Schritt machen und das starten. Nicht drüber nachdenken, sondern einfach machen. Das ist ein gutes Schlusswort. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich keine, ich habe keine Fragen. Und vielen Dank nochmal für das Interview. Gerne. Das ist nicht selbstverständlich und freue mich immer, wenn da jemand sich traut, dann auch ein Interview zu geben. Ja, und wenn du jetzt sagst, hey, bei mir ist vielleicht die Situation ähnlich wie bei Christina oder nach der Schwangerschaft habe ich da auch Probleme, wieder auf mein altes Gewicht zu kommen, dann lass uns gerne sprechen. Kostenloses Erstgespräch, janbahn.de. Und danke fürs Zuhören. Bis dahin.